Die SPD Sachsen-Anhalt hat bei ihrem Landesparteitag in Magdeburg die Landesliste für die Bundestagswahl 2021 aufgestellt. An der Spitze der Landesliste steht der Abgeordnete Karamba Diaby aus Halle. Nach dem Statut der SPD und der Satzung des Landesverbandes sind die Listenplätze abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt. Alle Kandidaten bewerben sich zugleich direkt in ihrem Wahlkreis für die SPD. Karamba Diaby setzte sich gegen die frühere Landesvorsitzende Katrin Budde durch. Überraschend gewann der 59-Jährige bereits im ersten Wahlgang mit 57 zu 45 Stimmen. Eine Stimme war ungültig. Die Parteispitze hatte Budde vorgeschlagen. In seiner Bewerbungsrede sagte Diaby, der in Senegal geboren wurde und als Waisenkind nach Deutschland gekommen war, er wollte zeigen, dass es in Sachsen-Anhalt nicht nur Rechte gebe. Ich glaube, dass Demokratie von Auswahl lebt, sagt er. Der promovierte Chemiker sitzt seit 2013 für die SPD im Bundestag. Er gehört dort dem Bildungsausschuss an. Budde war 2017 in den Bundestag eingezogen und ist seitdem Vorsitzender des Kulturausschusses. Das war die Quelle sich an, was an? Das war die Und da die es. Untertitelung des ZDF, 2020